Weiter geht es mit Teil 3 Wollen, Sollen, Mögen, Möchten Sollen zeigt einen Tipp oder einen Rat. Claudia soll einen Helm tragen. Das ist gut, aber es ist nicht obligatorisch. Die Formen von Sollen sind, ich soll, du sollst, er, sie, es soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen. Wollen zeigt einen starken Wunsch oder einen Plan. Claudia will nach der Arbeit ein Eis essen. Die Formen von Wollen sind, ich will, du willst, er, sie, es will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Mögen zeigt ein positives Gefühl. Claudia mag joggen. Die Formen von Mögen sind, ich mag, du magst, er, sie, es mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen. Möchte ist ein nicht so starker Wunsch. Claudia möchte vielleicht nach der Arbeit mit Thomas joggen. Die Formen von Möchten sind ein wenig anders. Ich möchte, du möchtest, er, sie, es möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie mir einen kleinen Kommentar da. Mehr Videos finden Sie unter Grammatik mit Norbert. Liebe Grüße, euer Norbert.